Hi, wir sind Ivy und wir bringen mehr Gewissheit in die digitale Personalauswahl. Mein Name ist Florian, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer. Und ich bin Alex, zuständig für die Kommunikation bei Ivy. Es ist doch so, herauszufinden, was man wirklich gut kann, ist weder für den Bewerber noch für den Kandidaten richtig einfach. Und da wünscht man sich doch sowas hier. Den sprechenden Hut von Harry Potter. Denn was macht er? Er erkennt die Charaktereigenschaften und Begabungen seines Trägers und weist ihn darauf basierend eines der vier Häuser zu. Und genau das Gleiche machen wir auch, nur für die Online-Personalauswahl. Nun, statt einem muffigen Hut kommt bei uns moderne Eignungsdiagnostik und statt Magie intelligente Algorithmen zum Einsatz. So liefern wir Personal an aussagekräftige Argumente für ihre Auswahlentscheidungen und sorgen dafür, dass weniger vielversprechendes Potenzial verloren geht. Ivy bedeutet, psychologische Eignungsdiagnostik verpackt in ansprechende und kompakte Minispiele. Bewerber werden durch das Entdecken der eigenen Stärken geführt. Und das kommt extrem gut an, denn neun von zehn Nutzern bevorzugen unsere Assessments. Wir vermeiden dadurch sozial erwünschtes Anbautverhalten und generieren so validere diagnostische Daten. Die Auswertung der Assessments werden anschließend verständlich aufbereitet, sowohl für Kandidaten als auch für Personala. Ivy ist mobil optimiert und plattformübergreifend für Kandidaten verfügbar. Unsere Game Based Assessments sind kompakt, denn sie dauern nur jeweils zwei bis drei Minuten und sind damit sehr einfach in den Alltag integrierbar. Unternehmen können Ivy als Software-as-a-Service-Lösung ohne großen IT-Aufwand in ihre bestehenden Recruiting-Prozesse einbinden und können diese datengetrieben anhand reale Erfolgsfaktoren so optimieren. Unsere Game Based Assessments rücken individuelle Stärken und Potenziale in den Vordergrund. Diese werden ungeachtet von Merkmalen wie Herkunft oder Geschlecht generiert. Dadurch fördern wir Chancengleichheit und Diversität im Auswahlprozess und helfen Unternehmen beim Aufbau effizienterer Teams. Unsere Assessments erfüllen dabei alle relevanten Güte-Kriterien. Als wissenschaftliche Ausgründung der Freien Universität Berlin kreieren wir mit Ivy den neuen Standard neben den Lebenslauf und schaffen dadurch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ein Thema, das mit Blick auf interdisziplinäre Arbeitsmärkte und zunehmende Digitalisierung immer mehr an Relevanz gewinnt. Wenn Sie also die Zukunft der Digitalisierung mitgestalten und sich von ineffizienten Prozessen verabschieden wollen, dann melden Sie sich. Das ist ein Thema, das mit Blick auf die przedsiębiorstlleention. Aber dann wird dir das mit tomben von Wheat auf die 89.200 Jahr bzw. ungefähr zu machen. Förderst Dahe